Hallo, hier ist Kathi und ich mache heute ein Video zum Thema Ziele erreichen und in einem Paralleluniversum mache ich gerade ein Video, das heißt, es gibt nichts zu erreichen. Und ja, aber du hast dich jetzt entschieden zuerst dieses hier zu schauen und ja, deswegen bist du gerade vielleicht an einem Punkt, wo du Tipps haben möchtest, wie du Ziele erreichen kannst. Und ja, es ist auf jeden Fall ganz wichtig, die Balance zu finden zwischen dem Ziele zu erreichen und dem Gefühl von, es gibt nichts zu erreichen, alles ist okay, wie es ist. Ja, das war mir erstmal wichtig zu sagen und jetzt zu meinen Tipps. Ich habe eine Zeit lang sehr viele Menschen begleitet, ihre Masterarbeiten, Veröffentlichungen, Bücher, Artikel oder was auch immer fertigzustellen und zwar in einem bestimmten Zeitrahmen. Und da habe ich einige Erfahrungen gemacht, die wichtig sind, um wirklich Dinge auch zu tun und fertigzustellen und gewisse Ziele, die man sich setzt, zu erreichen. Das erste ist natürlich ein Zeitplan. Es ist gut, wenn du ein bestimmtes Ziel hast, dir einen Zeitplan aufzustellen und zu gucken, okay, du hast jetzt sagen wir mal drei Wochen oder drei Monate und dann das genau einzutakten und da natürlich vorher eine Liste zu machen, was gibt es alles für Teilschritte, um dieses Ziel zu erreichen. Was musst du alles tun, um das Ziel oder das Ding, was du machen möchtest, fertigzustellen. Und ja, da machst du dir diese Liste mit diesen ganzen Teilschritten und die Teilschritte haben dann vielleicht Unterschritte, aber erstmal so einen groben Plan und das dann sozusagen einzutakten in den Zeitplan. Und dann noch ein ganz wichtiger Tipp, immer circa ein Drittel dazu zu rechnen. Wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, wie lange du für die einzelnen Schritte brauchst, dann immer ein Drittel dazu zu rechnen, weil es gibt immer unvorhergesehene Sachen, die man nicht einplanen, da wird man mal krank, da ruft man eine Freundin an oder irgendwas geht schief und da ist es wichtig, dann Reservezeiten einzuplanen. Und man sagt so ungefähr, dass man ein Drittel der Zeit nicht verplanen soll, weil da sowieso irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Dann kann es manchmal sein, dass du Schwierigkeiten hast, dich zu motivieren, den nächsten Schritt zu machen. Bei mir ist es zum Beispiel manchmal, wenn ich Artikel schreibe, dass ich dann irgendwie ja immer wieder auch gegen so eine Angst kämpfe innerlich, so oh, was sagen die anderen Leute darüber und dann hält mich das so zurück, dass ich irgendwie das nicht mache. Oder jetzt auch bei den Videos, ich muss mich da immer motivieren, mich zu trauen. Und dann gibt es manchmal den inneren Schweinehund, den es zu überwinden gilt. Und da ist es gut, wenn du die Portionen so klein machst, dass du dich überwindest. Also mir hat dann zum Beispiel geholfen, okay, Kathi, setz dich wenigstens mal 10 Minuten hin und schreib 10 Minuten irgendwas. Und dann hast du wenigstens ein bisschen was gemacht, weil das ist immer wichtig, also immer gut oder, nee, warte, das ist jetzt schon ein anderer Tipp. Ich bleib mal kurz bei dem, ja. Die Portionen so klein zu machen, dass du dich überwinden kannst, ja. Wenn 10 Minuten zu viel sind, dann nimm 5 Minuten. Also guck nach einer Portion, die möglich ist. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann saß ich da und habe gerade geschrieben und war so drin und dann bin ich reingekommen und habe dann halt auch viel länger gesessen und weitergeschrieben, so, ne. Aber das ist auf jeden Fall ganz wichtig, so kleine Portionen zu machen, zu denen man sich überwinden kann. Und dann ist es halt auch gut, jeden Tag etwas für dieses Ziel zu tun, ja. Und wie gesagt, lieber kleine Schritte als gar keine. Wenn man sich so große Portionen macht und so große Ziele setzt, dann ist es irgendwie, oh, wie soll ich das erreichen? Ich hatte zum Beispiel mal die Vision, ich will ein Zentrum haben, wo Menschen hinkommen, die, ja, um sich zurückzuziehen, um wieder zu Kräften zu finden, um sich aufzutanken. Und dann habe ich gedacht, oh, was für eine Vision, wie soll ich das erreichen? Und dann hat mein damaliger Heilpraktiker gesagt, so, ja, was ist der nächst kleinere Schritt darauf zu? Also mach die Schritte so klein, dass sie möglich sind. Und es ist besser, jeden Tag einen klitzekleinen Schritt zu machen, als gar nicht sich voranzubewegen, weil das Ziel so groß erscheint. Und, ja, und da auch Pausen einzubauen, beziehungsweise bei diesen Schritten, die es zu gehen gilt, auch immer so Sachen einzubauen, wie, oh, heute belohne ich mich mal mit einem Kinobesuch oder in der Sauna, gehen die Sauna oder was auch immer für dich so als näherndes gilt, ja. Genau, und dann noch ein Tipp, immer abends schon den Plan für den nächsten Tag zu machen. Dann kannst du morgens direkt losstarten und weißt schon, was du zu tun hast. Und dann, das ist auch noch was, wo ich immer wieder, oh, versuche, mich drin versuche, und zwar das Schwierigste morgens zuerst zu machen. Weil wenn du dann mal diesen einen, das Schwierigste schon getan hast, dann hast du schon so ein krasses Erfolgserlebnis und bist dann so motiviert, dass das andere dir leichter von der Hand geht. Ja, dann, das waren jetzt so ganz praktische Tipps, und dann gibt es aber auch noch so andere Dinge, die du machen kannst, um dich innerlich bereit zu machen. So, zum Beispiel mache ich mit diesen Menschen, die zu mir kommen, wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwas, irgendein Ziel erreichen wollen, dass ich dann eine Visualisierung mit ihnen mache, wie sie das schon erreicht haben, mit allen Sinnen. Wie riecht es, wenn du an deinem Ziel angekommen bist? Was schmeckst du, wenn du an deinem Ziel angekommen bist? Welche Menschen jubeln dir zu, weil du das geschafft hast? Wie riecht es dort? Also mit allen Sinnen, mach dir ein Bild davon, mal es dir aus, wie das ist, wenn du das erreicht hast. Welches Gefühl hast du dann in dir, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Und mir hat zum Beispiel auch geholfen, wenn ich so ganz herausfordernde Ziele habe, zum Beispiel irgendwelche Anträge musste ich mal stellen oder so, und dann hilft es mir, wenn ich mir eine Freundin engagiere oder halt rekrutiere, mit der ich mich so verabrede, so hey, ich weiß jetzt nicht, es kommt auf den Zeitrahmen an, aber einmal in der Woche telefonieren wir und du fragst mich ab, ob ich die Schritte getan habe. Also man kann sich entweder einen Profi holen und das machen, aber ich habe halt auch eine Freundin, mit der ich das regelmäßig mache, dass wir uns da irgendwie, dann bin ich ihr verpflichtet und sie fragt das dann ab und überprüft, ob ich diese Schritte gemacht habe und dann gucken wir halt auch gemeinsam, wenn es irgendwelche Blockaden gibt, was ist da jetzt die Blockade, was brauche ich da gerade so. Aber das ist auch nochmal was Schönes, was mir wirklich schon oft geholfen hat, da einfach mit einer Freundin mich zu verabreden, die dann die einzelnen Schritte überwacht. Genau, dann zu gucken, warum willst du dieses Ziel erreichen, was ist die Motivation davon und dir das aufzuschreiben und in der Wohnung aufzuhängen. Ja, also die Motivation für dein Ziel ist total wichtig. Warum willst du diesen Artikel veröffentlichen? Warum willst du dieses Video machen? Warum willst du dieses neue Haus? Warum willst du die Millionen erreichen? Oder ja, was auch immer. Schreib die Motivation auf, erforsche da deine Gedanken dahinter und ja, schreib das auf. Und ja, das war es auch schon. Also wie gesagt, wenn es irgendwelche Blockaden gibt, dann hol dir Unterstützung, um die zu überwinden, damit du auch wirklich dahin kommst. Weil viele Projekte verlaufen im Sande, weil man über bestimmte Hürden nicht hinweg geht. Aber das sind meistens irgendwelche inneren Glaubenssätze oder so, die kann man auf jeden Fall auflösen oder bearbeiten. Genau, das mache ich ja auch in der Praxis ganz viel mit den Menschen. So, sie auf ihren Weg zu begleiten und bestimmte Dinge ihnen zu helfen, zu verwirklichen. Gut, dann war es das von mir zu dem Thema Ziel erreichen und vielleicht hast du Lust, dir jetzt das Video anzugucken. Es gibt nichts zu erreichen. Alles ist gut so, wie es ist. Also, bis gleich in dem zweiten Video, was in dem Paralleluniversum gerade aufgenommen wurde. Bis gleich! Bis zum nächsten Mal!